Herzlich Willkommen bei Rocket League mit dem lieben Trix. Hallo again. So wir sind gerade auf Spielersuche und hoffen, dass wir gleich auch wieder... Ah, wir finden welche, das ist doch schön. Hoffentlich kommen die auch bevor die Zeit rum ist. Der eine sieht gut aus, der andere sieht auch gut aus. Wunderbar, dann kannst du ja gleich losgehen. Du fährst? Ja. Mal gucken, was die beiden drauf haben. Also der eine ist Legende und wenn die zusammenspielen, haben wir ein Problem. Ach, das sind PS4 Leute und haben Hyping. Ach, du Heiland. Ich habe ihn mit Absicht nicht angenommen. Ach, der hat mich ausmanövriert. Gibt's doch nicht. Also das können sie auf jeden Fall. Okay, fliegen können sie auch. Sehr schön. Das Tor aber abhalten können sie nicht. Das ist doch wunderbar. Das war ein sehr schönes Tor. Gucken wir uns das nochmal an. Da kommt er angeflogen. Detscht ihn nur zur Seite an, damit er rüber geht. Sehr, sehr schön gemacht. Ich fühle mich so wie so ein Kommentator. Ich brauche eigentlich, glaube ich, selber gar nicht spielen. Das ist ein Live-Kommentary. Ja, genau. Oh Gott, da habe ich... Er nimmt ihn an. Aber nicht sehr gut. Der will rüber zur anderen Seite, wa? Ist das deine Lieblingsseite? Ja, jetzt Detscht er ihn in die Mitte rein. Okay. Ich habe keinen Boost, deswegen kann ich da gerade nichts großartig machen. Okay, den hat er abgehalten vom Tor. Okay. Er hat gefehlt. Ah, ich dachte, der macht den hoch. Das hat er aber tief gehalten, das Ding. Man, oh man, oh man, oh man, oh man. Er geht schön zum Tor. Er konnte ihn nur gerade so abfälschen. Mann, jetzt kickt der mich. Oder was? Oh, ganz knapp vorbei, ne? Das gibt's doch einfach nicht. Okay. Du hattest ihn gekriegt gehabt, alles klar. So, und ich sollte nämlich nicht ganz so sehr aufs Kommentieren, glaube ich, achten, sondern mal aufs Fahren. Wie jetzt zum Beispiel. Ein schönes Tor. Allerdings habe ich den anderen als Bande mit benutzt, weil ich nämlich falsch ankam. Aber ich habe das Tor gemacht. So, du darfst fahren. Egal, Tor ist Tor. Ja, tue ich. Wunderbar, da kommt es auch schon. So, ich versuche ihn mal hier. Ah, der konnte den auch wieder über mich über Tänzeln. Also, das war ja mal ein Spiel. Ja, da habe ich gefehlt, glaube ich. Das gibt's nicht. Wieder den Beispiel. Also, der ist wirklich verdient, dass das auch einer der von Legende oder so ist. Also, der ist ja wirklich nicht schlecht. Allerdings glaube ich, das ist eine Frau, weil guck dir das Fahrzeug an. Na gut. Alles auf rosa abgestimmt. Also, hm. Also im Alten würde ich jetzt sagen, wirklich, das müsste doch eigentlich eine Frau sein oder ein Mädchen. Ah, verfehlt. Verdammt mich. Ich habe keinen Boost. Okay, gut. Ich muss jetzt echt erstmal für Boost sorgen. Oh, 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 oh. Hast du, hast du? Ja, genau. Jep, habe ich. Kommt auch in die Mitte. Bin nicht da. Bin auf der anderen Seite. Verdammt mich. Okay, gut. Den musst du holen. Ich habe keinen Boost. Na, dann will einer. Ah, doch. Wer lässt den liegen? Wahrscheinlich, äh, Kommunikationsprobleme. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Den kriege ich nicht. Der ist übel. Oh, ups. Ach, der hat mir den Boost geklaut. Das gibt's doch nicht. Ach, das wäre so schön gewesen. Das wäre sogar direkt ein Torschuss gewesen. Oh, Mann. Ach, den hat er flach gehalten. Der wusste, dass ich fliege. Oh, Mann. Knapp verfehlt. Ich konnte ihn nicht blocken. Okay, die spielen auf jeden Fall so zusammen. Das ist... Boah, das ist schon was anderes als die letzten Runden. Ja, auf jeden Fall ist das was anderes. Das ist ja gar kein Vergleich sogar möglich, glatt behaupten. Na, also... Nö, das ist kein Vergleich. Du, ähm, wärst du da? Ja. Wie er da an der Wand steht. Ja, und wartet auf den Ball. Den springt... Der springt jetzt wieder nach oben. Ja, aber der ist nicht so... Okay, ich konnte ihn nur, ähm, ein bisschen ankratzen. Boah, ich hab gedacht, der trifft den wegen. Das mit dem Ball, das ist auch schon eine üble Nummer. Oh, der fliegt schön. Das war ein richtig geiles Topf von so weit weg. Das war wirklich gut. Guckt euch das Ding an. Das war aber schön, ja. Wie bestellt und abgeliefert. Einfach wunderbar. Das sind Timelieferungen. Ja. Besser als die DHL das je machen könnte. Oh, ich glaub, das war nicht so gut. Das war ich, ja. Achso, der spielt auch gar nicht mehr. Da steht ja wie nur ein Tor. Der guckt wahrscheinlich, äh, was für Spiel, äh, wir jetzt innehmen können. An neue Gegner. Sehr, sehr schön. Und wieder einen neuen Attentenaufsatz. Ja, ich bin ja auch wahlig. Okay, der Ende ist auf jeden Fall rausgegangen. Dann wird der andere ihm wohl auch folgen. Das sah nämlich aus, ja, dass die zusammengehören auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja schon Stufe 21. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wäre so schön gewesen. Ja. Aber ich glaube, du stehst auch außen. Jep. Meiner, 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 meiner. Mach, 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 mach. Das wird direkt ein Tor. Nein, war ein Spaß. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob wir jetzt, äh, ernsthafte Gäste, Gegner haben, ach, schade. Ernsthafte Gegner haben hier irgendwie Legende oder irgendwas, ähm, der geht oben ran. Und ich bin da. Und der geht rein. Okay, bei denen stehen keine Informationen, welchen Titel, beziehungsweise welchen Rang sie haben. Haben aber in Ordnung den Ping, ähm, also von daher alles ganz gut. Du bist näher. Ja, dann fahre ich. Hm, ist in der Mitte ziemlich gut, ich bin. Okay. Ja, verfehlt. Sehr schön. Und das nächste Tor fällt. Also ich habe schon mal das Gefühl, die müssen sich entweder erst einspielen oder... Das sind aber auch zwei Randoms, also quasi. Ja. Keine Premates. Jo, drei Sekunden gespielt. Oh, sei nett, ein paar mehr Sekunden haben wir doch schon drauf. Okay, 38. Ach, ich habe ihn nicht gekriegt. Einer von denen kriegt den? Ja. Geht zurück am Absender? Jo. Und... Und... Das war ein... Richtig lucky reingeflogen. Das war so ein geiler... Äh, wow. Und jetzt hat er mich auch noch ausmanövriert. Okay. Also das war wirklich nicht schlecht. Der spielt sich gerade wohl wieder ein. Das wird vielleicht doch ein recht spannendes Match, wenn da einer so gut spielen kann, dass er ihn sogar noch raushalten kann aus dem Tor. Ja, er ist unglücklich reingeflogen. Oh. Okay, der hat ihn rübergehauen zu dem anderem. Ja. Ei, 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 ei. Den einen habe ich gerade aus Versehen geblockt sogar jetzt. Okay. Holen wir uns den mal. Holen wir uns den mal. Unsere Chance zum Konter. Bei einer Mitte mit. Oh, kommt nicht ganz rein. Nee, der hat irgendwie den Boost verloren. Oh, ich bin schön hinten. Schneller Umschaltspiel hier. Ja, also ein schnelles Wechsel haben sie auf jeden Fall. Gut. Das hat leider nicht geklappt. Oh, mein Ding. Nein, und ich habe ihn auch nicht mehr weggekriegt. Ich war zu schnell. Ich habe gedacht, der trifft ihn. Guck mal, ich habe gedacht, der trifft ihn. Deswegen, oh. Vor allem ich jetzt hier. Oh, ungüglich. Stammt auf so. Nur um einen Fruchteil einer Sekunde habe ich den verloren. Ich kam von ganz hinten. Ich hatte gerade seinen Boost, aber den habe ich auch nicht mehr weggekriegt. Der war nicht möglich. Okay. 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 Das ist ein hoher. Der andere kriegt den. Oh Gott. Nein, nicht ernsthaft. Ach, das gibt es doch nicht. Hast du den reingedenkt? Nein. Ich habe ihn leider nicht mal erwischt. Ich bin drunter weggerutscht, weil ich dachte, der geht an die Bande und weg, bevor ich den nämlich selber aus Versehen reinhaue, aber das war doch ein Ding, was reinging. Das war echt doof. Ach, schade. Den haben sie erwischt. Ich dachte, den treffen sie vielleicht nicht. Ach, schade. Ja. Die standen so schön. Ja, das Ding. Wow. Okay, ich bin schräg. Sehr schön. Das war ein schöner, ja, das war ein schöner Start. Du bist vorn? Ja. Guck mal, dass das Ding mal zu denen rüber geht. Oh, genau. Krass, wie die einen ausspielen können, ne? Er hat den Ball einfach nur hochgelegt, indem er durch kam. Oh, Gottes Willen. Ja, das mit an der Bande hängen, das kann ich auch noch nicht so richtig. Also, ich muss das echt noch üben. Da habe ich ihn verschätzt und unten habe ich den auch noch verschätzt, weil ich erst mal runter von der Bande musste. Er trifft mich nicht mal. Er trifft mich nicht mal. Tor! Yes! Den hat er auch nicht gekriegt. Das war doch mal ein schönes Tor. Latte rein, ne? Ja. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das geplant. Ja, okay. Du fährst. Gut. Um die Seite. Ach, verflucht nochmal. Ich habe ihn nicht gekriegt. Da haben sie sich beide gegenseitig blockiert. Oh Gott. Wird der nicht da gewesen? Ach, schade. Das wäre noch ein Tor gewesen. Aber der war leider schneller. Okay, sehr gut. Gut verteidigt. Na, den halten sie natürlich auch auf. Das ist ein ganz einfacher Ball gewesen. Den kriegt da einer auch. Okay. Okay, ich wollte gerade von ganz hinten rein. Aber okay. Hat er verlassen. Ja, super. Dann wird er einer auch verlassen, da die ja, glaube ich, zusammenspielen. Ne, ne, sind keine Premiers gewesen. Hm. Auch komisch. Oh Gott. Glück gehabt. Ja. Ja. Das Spiel haben wir auch wieder gewonnen. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall vielleicht auch wieder mit Tricks zusammenspielen. Mal schauen. Vielleicht aber auch wieder ein anderer YouTuber. Aber bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.